Ich bin der Rizapan, ich mache meine KV-Lehr bei der Gintilla, das ist ein Unternehmen bei der Postgruppe und ich bin momentan in der Abteilung Marketing. Ich bin der Giulio, ich bin im zweiten Lehrjahr und mache die Lehre aus KV und bin momentan in der Abteilung HR. Mein Alltag als Lernende im Bereich Marketing befasst sich hauptsächlich mit verschiedenen Projekten. Ich bin im Moment im Projekt Glui, das ist ein Heissklebenstift und meine Aufgabe ist dort, Social Media Posts zu machen. Im Moment bin ich zuständig für das Büromaterial in meiner Abteilung, ich bin zuständig für das Organisieren von Events und für jegliche andere administrative Aufgaben. Schintilla ist ein sehr grosses Unternehmen mit sehr vielen Mitarbeitern. Es ist auch international, das heisst man bekommt sehr viele Einblicke und dadurch, dass man alle sechs Monate die Abteilung wechseln kann, bekommt man sehr viel Erfahrung über. ... ...